Gase spielen in der Natur und in der Technik eine wichtige Rolle. Wie können wir Gase makroskopisch und mikroskopisch, das heißt vom Modell her, beschreiben und verstehen? Willkommen zu Basiswissen Physikalische Chemie. Unser Thema heute Gase. Wie lassen sich gasförmige Systeme beschreiben? Wir starten mit dem Phasendiagramm eines reinen Stoffes, unser Leitfaden durch die Vorlesungsreihe. Wo finden wir hier Gase, speziell ideale Gase? Ideale Gase sind solche, die im gebührenden Abstand sich befinden, vom kritischen Punkt, also dort wo der grüne Stern hier ist, bei hoher Temperatur und bei großem Volumen. Hier ist die Fläche stetig gekrümmt und sie lässt sich sehr leicht beschreiben, nämlich durch die ideale Gasgleichung. Wenn wir zu realen Gasen gehen, also Gase in der Nähe des kritischen Punktes, haben wir Abweichungen von diesem idealen Verhalten. Reale Gase können dann auch verflüssigt werden. Wir zoomen den Bereich des idealen Gases heraus. Diese Fläche wird durch die ideale Gasgleichung P gleich RT durch V quer mathematisch sehr gut beschrieben. Das ideale Gasgesetz hat eine lange Geschichte. Es fing damit an, dass man die Reaktion eines Gases auf Veränderung des Druckes untersuchen wollte, die Kompressibilität. Das Verhalten von Gasen in der Hinsicht ist sehr einfach. Wenn man den Druck verdoppelt, halbiert sich das Volumen. Das bedeutet, Druck und Volumen sind unerkannt proportional. P mal V ist konstant. Das ist das Boll-Mayotsche Gesetz. Wenn wir uns im Zustandsdiagramm die Kompressibilität anschauen, dann schauen wir auf die roten Kurven. Das sind Isothermen. Die Temperatur ist konstant. Eins und zwei sind zwei Zustände, die auf einer Hyperbel liegen. Drei und vier sind ebenfalls zwei Zustände auf einer anderen Hyperbel. Hier haben wir die Temperatur entsprechend höher. Was passiert, wenn man die Temperatur eines Gases erhöht oder erniedrigt? Auch hier ist das Verhalten sehr einfach. Ich verdoppelte die Temperatur und der Druck verdoppelt sich ebenfalls, wenn das Volumen konstant ist. Ähnliches gilt für das Volumen, wenn der Druck konstant ist. Hier haben wir eine direkte Proportionalität. Das ist zum Beispiel das Scaly-Sacche Gesetz und selbstverständlich ist das eine Gerade im Zustandsdiagramm, die Zustände 1 und 3 und 2 und 4 liegen auf solchen Isochoren. Der Einfluss der Stoffmenge auf das Volumen ist bei Gasen wie bei jedem anderen Stoff sehr einfach. Je größer die Stoffmenge, desto größer das Volumen. Direkte Proportionalität. Bei Gasen kommt jedoch dazu, dass das Mol-Volumen, das Mol-Volumen-Vquer für alle Gase gleich ist. Das ist die avogadroische Hypothese. Gleiche Mengen Gase geben gleiche Volumina ein. Man kann sich merken, dass das Mol-Volumen eines Gases bei 0 Grad und einer Atmosphäre 22,4 Liter beträgt. Wenn wir diese drei Gesetze zusammenfassen, kommen wir zum idealen Gasgesetz, welches diesen Teil der Zustandsfläche sehr gut mathematisch abbildet. P gleich RT durch V quer oder sehr gerne auch umgestellt nach P mal V. P mal V ist N mal R mal T. R die ideale Gaskonstante für alle Gase gleich. 8,314 Joule pro Molum Kelvin. Statt Joule kann man auch sagen Liter mal Kilopascal. Das ideale Gasgesetz gilt für alle Gase und es gilt auch für Gasmischung. Luft ist eine bekannte Gasmischung zwischen vor allem Stickstoff und Sauerstoff. Hier durch rote und blaue Punkte symbolisiert. Wenn man sich so eine Gasmischung anschaut, dann kann man recht einfach den Gesamtdruck messen, zum Beispiel hier 99 Kilopascal. Man kann aber auch mit Mr. Dalton sich vorstellen, was passiert, wenn man jetzt alle Komponenten bis auf eine rausnimmt. Also ich nehme jetzt nur die Stickstoffteilchen, alles andere nehme ich weg und überlege mir, welchen Druck habe ich dann. Dann habe ich den Partialdruck, so hat er es John Dalton genannt, das wäre 78 Kilopascal. Unmogiert kann ich mir alles wegdenken außer Sauerstoff und habe dann 21 Kilopascal als Sauerstoffpartialdruck. Man kann den Partialdruck ausrechnen, indem man den Gesamtdruck nimmt und mit dem Molenbruch multipliziert. Und die Partialdrücke addieren sich zum Gesamtdruck. Diese beiden Gleichungen sind das Daltonische Partialdruckgesetz. Luft kann auch Wasserdampf enthalten, zwischen 0 und 2 Prozent. Das bedeutet, der Partialdruck vom Wasser in der Luft ist dann zwischen 0 und 2 Kilopascal. Hier schauen wir uns ein Gas mikroskopisch an und da haben zwei Wissenschaftler Großes geleistet. Das ist Mr. Maxwell und Herr Bollsmann. Die Maxwell-Bollenspannschrift-kinetische Gastheorie geht davon aus, dass Gase kleine Teilchen sind, die sich sehr schnell bewegen. Das Volumen der Teilchen ist klein im Vergleich zum Gesamtvolumen des Gases. Die Geschwindigkeit ändert sich ständig, je nachdem wie oft so ein Gasteilchen zusammenstößt mit anderen Gasteilchen oder der Wand. Ausgehend von diesen Modellvorstellungen konnten Maxwell und Bollsmann ausrechnen, dass die Temperatur eines Gases mikroskopisch nichts anderes ist als die Translationsbewegung der Teilchen. U-Trans, das ist die mittlere kinetische Energie der Teilchen, wie sie sich im Raum fortbewegen, direkt gekoppelt mit der Temperatur. Wenn wir für Argon das Ganze ausrechnen, kommen wir auf 3,8 Kilometer pro Mol bei Raumtemperatur. Das ist die thermische Energie, die in einem Mol Argon steckt. Natürlich auch in jedem Mol eines anderen Gases, denn in diese Gleichung kommt keine stoffsperspiegelgröße hinein. Das ist nur die Temperatur als Parameter. Maxwell und Bollsmann haben auch die Geschwindigkeitsverteilung in einem Gas untersucht. Und die Gleichung hier müssen Sie sich nicht merken, das ist die Maxwell-Bollsmann-schöpische Geschwindigkeitsverteilung. Aber die Abbildung ist es doch wert, dass man sie genauer anschaut. Wir haben als x-Achse die Geschwindigkeit von 0 bis 1500 m pro Sekunde und als y-Achse die Häufigkeit. Die Kurve ist nicht symmetrisch. Wir haben eine etwas rechtslastige Kurve, aber wir haben ein Maximum, also eine häufigste Geschwindigkeit. Und etwas rechts vom Maximum haben wir dann die mittlere Geschwindigkeit. Und die mittlere Geschwindigkeit, die ist gekoppelt mit der Temperatur und mit der Molmasse. Je höher die Temperatur und je kleiner die Molmasse, desto schneller ist im Mittel ein Teilchen. Für Argon ist das ungefähr 400 m pro Sekunde. Wasser als leichteres Teilchen hat bei der gleichen Temperatur eine deutlich höhere Geschwindigkeit. Die Teilchen, obwohl sie sehr schnell sind, kommen aber letztendlich nicht weit, weil sie sehr häufig mit anderen Teilchen zusammenstoßen. Auch da haben sich Maxwell und Boltzmann Gedanken gemacht. Die Teilchen stoßen mit der Wand zusammen, das ist die Ursache für den Druck. Hier ist die Formel, mit der man die Wandstöße berechnen kann. Sie sehen direkt proportional der mittleren Geschwindigkeit. Und mit der Formel hier kann man die intermolekularen Zusammenstöße berechnen. Sie sehen, da kommt ein Faktor Sigma vor. Das ist ein Maß für die Sperrigkeit eines Zeichens. Der sogenannte Stoßquerschnitt Sigma. Wenn man sich das für Argon ausrechnet, kommt man auf 5 Milliarden Zusammenstöße pro Sekunde. 5 Gigahertz. Zusammengefasst, ein Argon-Teilchen, ein Luftteilchen, etwa 400 Meter pro Sekunde schnell. Und pro Sekunde etwa 5 Milliarden zusammenstößt. Und jetzt kann man diese beiden Größen durcheinander dividieren. Man hält dann die mittlere freie Weglänge Lambda, eine wichtige Kenngröße. Gibt an, wie weit ein Teilchen sich fortbewegt, bevor es mit einem anderen Teilchen zusammenstößt. Und das ist bei Argon dann 400 durch 5 Milliarden 80 Nanometer. Also weniger als die Wellenlänge von Licht. Die mittlere Verlänge hängt sehr stark vom Druck ab, wie man aus der Formel erkennen kann. Bei hohem Druck viel Zusammenstöße, bei niedrigem Druck entsprechend weniger Zusammenstöße. Ist für die Vakuumtechnik wichtig. Wir erinnern uns an die Prämissen der klinischen Gastheorie. Teilchen sind sehr klein und haben keine Anziehungskräfte aufeinander. Das gilt im Bereich des idealen Gases, wenn die Temperatur hoch ist und das Volumen groß ist. Wenn wir aber jetzt den Gas abkühlen und das Volumen kleiner werden lassen, dann kommen zusehends die Volumina, die Eigenvolumina ins Spiel. Da kommen zusehends auch die Anziehungskräfte der Teilchen ins Spiel und dann verhält sich ein Gas nicht mehr so ideal. Herr van der Waals hat diese Abweichung quantifiziert. Er hat die ideale Gasgleichung modifiziert um zwei Projekturfaktoren. Einmal A, das ist ein Maß für die Anziehungskräfte der Teilchen. Und Sie sehen, A durch V² wird zum Druck dazu addiert, denn der gemessene Druck P ist leider der ideale Druck. B ist ein Maß für das Eigenvolumen. Und Sie sehen, das B wird abgezogen vom gemessenen Volumen, weil das tatsächliche Volumen, das den Teilchen zur Verfügung steht, kleiner ist als das Gesamtvolumen. Beim idealen Gas ist natürlich A und B gleich Null. Wenn wir A und Wasser vergleichen, hat Wasser den sehr viel größeren Faktor A. Kein Wunder, Wasser hat größere Anziehungskräfte. Von den Eigenvolumen sind aber die Teilchen ungefähr gleich groß. Die Größen A und B kann man aus den kritischen Größen erhalten. Tatsächlich ist am kritischen Punkt ein Gas nur noch zu drei Achtel ideal. P mal V ist drei Achtel mal Nrc. Wir komprimieren ein Gas jetzt oberhalb seiner kritischen Temperatur. Oberhalb der kritischen Temperatur gibt es keine Zwei-Phasen-Regionen. Das bedeutet, wenn wir ein Gas, zum Beispiel Methan, welches eine kritische Temperatur hat, weit unterhalb Raumtemperatur, wenn wir das in einem Zylinder komprimieren, zum Beispiel einfach so einem Behälter komprimieren, immer dichter werden lassen, das Volumen immer mehr verkleinern, dann wird der Druck halt immer größer. Aber sonst passiert nichts. Wir haben eine kontinuierliche Steigerung der Dichte, kontinuierliche Erhöhung des Druckes und wir befinden uns dann in dieser Zone. I, Initial State, F, Final State. Wir bewegen uns entlang dieser Isotherme von I nach F. Wenn wir hingegen ein Gas unterhalb des kritischen Punktes in einen Räumen füllen und komprimieren, dann passiert Folgendes. Zum Beispiel können wir das machen mit Butan C4H10, kritischer Punkt etwa 425 Kelvin. Bei Raumtemperatur bekommen wir zunächst mal eine Verdichtung des Gases und dann sind die Teilchen bei einem bestimmten Volumen so dicht, dass sie ihre Anziehungskräfte dazu führen, dass das Gas kondensiert. Es bilden sich also erst der Flüssigkeitstropfchen und das ist Zustand T. Und danach können wir weiter komprimieren und der Druck bleibt konstant. Das bedeutet, wir komprimieren Isobar erst wenn alles Gas zur Flüssigkeit geworden ist, dann steigt der Druck wieder an. Im Zustandsdiagramm sieht das so aus, dass zunächst mal von I ausgehend der Druck ansteigt. Dann schneidet die Isotherme die Binodale und dann bewegt sich das System auf einer Konode durch den zweiphasigen Bereich. Auf der Konode ist Temperatur konstant und Druck konstant. Nur das Volumen vermindert sich. Dann haben wir den anderen Schnittpunkt mit der Binodale und dann geht es senkrecht, fast senkrecht nach oben. Wir nehmen einen Behälter mit 76 Milliliter, evakuiert zunächst, packen darin 18 Gramm Wasser, also ein Mol. Wir erwärmen das System auf 100 Grad. Was haben wir? Zwei Phasen. Flüssige Phase unten, gasförmige Phase oben, 100 Grad, 0,1 Megapascal. Wir erwärmen weiter auf 200 Grad. Was haben wir? Eine flüssige Phase unten, eine gasförmige Phase oben. Aber jetzt die flüssige Phase weniger dicht, die gasförmige Phase dichter. Denn wir haben ja immer schon 1,6 Megapascal. Gasförmige und flüssige Phase nähern sich an hinsichtlich der Dichte. Und nicht nur hinsichtlich der Dichte, hinsichtlich jeder Eigenschaft. Irgendwann bei 547 Kelvin, 340 Grad Celsius, ist der Druck 22 Megapascal. Und dann verschwindet die Trennungslinie zwischen Flüssigkeit und Gas. Dann haben wir den kritischen Punkt erreicht. Im Zustandsdiagramm starten wir im Zweiphasengebiet bei I, gehen dann nach oben und treffen dann den kritischen Punkt. Hier nochmal die Gleichungen, die Sie im Zusammenhang mit Gasen erinnern sollten. Einmal das ideale Gasgesetz, PHNHC. Dann das deutschlandische Partialdruckgesetz. Gesamtdruck ist Summe der Partialdrücke. Dann die Maxwell-Beutzmann-Theorie mit der Geschwindigkeitsverteilung und ganz wichtig, der mittleren Geschwindigkeit, der mittleren Energie und der mittleren freien Weglänge. Und last but not least die van der Waalsche Gleichung, die Abweichung vom Idealenverhalten beschreibt. Und die erklärt, dass am kritischen Punkt ein Gas nur noch zu 3 Achtel ideal ist. Mehr Informationen hierzu wie immer in den Büchern, in den ausführlicheren Videos oder in der Vorlesung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.